Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Hier ist euer Memento Mori. Wie ihr seht, bitte lasst doch was. Atch, fresse auf den Bordstein. Das waren jetzt alle. Oh, da ist der Ausgang. Oh ja. Aber vorher sehen wir, ob irgendwas herumliegt. Nö. Kann ich irgendwas herstellen? Nö. Ja, raus geht's, ne? Und wohin? Ich denke mal... In die U-Bahn. Aber was da für Kreaturen dann auf uns warten, das will ich lieber nicht wissen, ne? Patsch. Lauf! Lauf! Wo ist die Kleine? Was ist das? Oh, Gasmaske. Hat die Kleine auch ne Gasmaske? Ja. Rotter! Kein Ziel! Ederhole! Kein Ziel! Da drüben ist ein Soldat. Stellung halten und auf Verstärkung warten. Verstanden! Stellung halten! Wie kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein! Alles leer! Ich hab nicht gesehen! Gebiet durchsuchen. Wir sollten sie finden und abhauen, bevor Klicker kommen. Oh, die Klicke muss ich auch nicht haben, ne? Vor zur Hölle steckst du, du armseliger Platz. Mist. Wo ist er? Wieso sagt sie Mist? Das war perfekt gelöst. Das war die Gelegenheit. Oh, das war Mist. Weg! Mit dir! Weg! Quatsch! Apfelmus! So sieht's aus. Oh, hier sind Klicker, ne? Die Klicker muss ich nicht haben, ne? Okay, hier geht's weiter. Hier geht's auch weiter. Hm. Ich muss... Ich muss... Ich... Etwas schauen. Nicht, dass hier irgendwo irgendwelche Viecher herumkriechen und ich ihnen genau in die Arme laufe. Das wollen wir natürlich nicht haben. Okay, hier geht's durch die Züge durch. Aber... Was ist dort hinten? Da, da, genau da. Was ist da? Okay, eine verschlossene Türe. Ah, okay. Der Aufgang, der Aufgang quasi. Also wir sind runtergekommen, das ist der Aufgang. Ja, das heißt, es bleibt für uns nur mehr der eine Weg durch den Zug, ne? Bin gespannt. Holz habe ich nicht gegen die Klicker, das heißt, ich muss sie höchstwahrscheinlich umschießen. Andere Alternativen habe ich leider nicht. Ich trau' dem hier nicht. Wasser. Der Feind von Ellie. Hey, äh, ich kann nicht schwimmen. Uns fällt schon was ein. Kann ja schwimmen. Drücke, um zu tauchen. Warum sollte ich in dieser Brühe tauchen wollen? Da ist irgendwo etwas, ne? Da geht's nicht durch. Okay. Das heißt, ich muss mir einen anderen Weg suchen. Ja, wie findet ihr bis jetzt das Spiel? Gefällt's euch? Oder eher nicht so? Dürft ihr's ruhig sagen. Okay, hier sieht's so aus, als würde es hier durchgehen. Okay. Warum sind wir nicht den gleichen Weg gegangen wie Ellie? Ich versteh's nicht. Kann ich hier auf den Zug? Auch nicht, ne? Hier durch. Okay, auf den Zug kann ich rauf. Aber da drinnen ist auch sicher irgendwo was, oder? Ah, nicht, dass ihr mir sauft hier, ne? Ellie? Mir geht's gut. Okay. Hier geht's gut. Wenn's ihr gut geht, geht's uns natürlich auch gut. Okay, ins Wasser. Hm, ich trau der ganzen Geschichte hier nicht, ne? So, jetzt sind wir mal bei Ellie. Okay. Oh, da ist ne Taschenlampe, wie süß. Du lässt mich doch nicht hier, oder? Oh, Ellie. Was, was tue ich jetzt mit dir? Du kannst nicht schwimmen, du kannst nicht tauchen, du kannst gar nichts. Geht's hier irgendwo weiter? Sieht nicht so aus. Warte da. Ah. Okay, ich muss jetzt das Floß für sie spielen, oder was? Wo ist sie denn? Steig drauf. Wirklich? Also, wir wollen ja nicht, dass sie absaft, ne? Ja, ich hab dich. Ah, und du hier nicht drauf, oder was? Ah, okay. Sie hilft uns wenigstens. Lass sie rein, Ellie. Geht schon. Jawoll. Ich hab sie. Endlich. Finally. Ja. Was war wohl auf der anderen Seite in diesem Tunnel? Vielleicht der Tod? Mann, weiß es nicht. Aber die Ellie wollte es ja nicht. Deswegen hab ich ja gar nicht nachgesehen. Das war vielleicht ein Fehler. Ich hätte mir das herstellen sollen. Ein Medikit. Okay, nicht mehr raus hier. Okay, neun Schüsse. Hm. Ja, sieht gut aus, ne? Oh, so schön. Hey, also. Ähm. Wegen Tess. Ich weiß nicht mal, was... Okay, ich sag dir mal, wie's abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens. Erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens. Du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Was? Nichts. Ich hab... Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Ja, ist klar, ne? Wenn sie da in der Stadt geboren wird. Oh, ein Schwan. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Ist das Open World? Ne. Voll. Meins. Als nächstes muss ich mir ein paar Medikits herstellen. Ich bin kleiner. Was? Kleiner? Ich will mir so einen Hasen schießen oder irgendwas. Okay, hier geht's nach oben. Nein. Sie sind unkaputtbar. Ja, kein Weiterkommen hier. Gehe auf die Seite, Ellie. Jawohl. Ja, ich glaube, ich wäre körperlich sicher vorbereitet für so eine Zombie-Apokalypse. Ja, ja, die Jugend von heute. Okay, was ist das hier? Oh, Mist. Ich habe mir fast gedacht, dass ich da rüberspringen muss. Schlettern wir rauf? Nein, da oben ist ein Stacheldart. Wir müssen irgendwie drumherum. Wow, da. Was? Fireflies. Ich meine, echte Glühwürmchen. Ja, das sehe ich. Sorry. Ich... Ich musste das einfach tun. Oh je, hat sich jetzt wegen mir so reagiert? Nee, oder? Okay, erschießen kann ich sie nicht. Gerade probiert. So, hier geht's rauf. Hm. Ich gehe da mal hoch und sehe mich um. Oh, eine Stange. Oh. Nahkampf-Verbesserung. Cool. Ja. Der Brombeer brummt. Das Lämmchen schreit. Ich schlage euch alle zu bei. Was? Wie wäre es damit? Ja, wohin mit dem? Das ist lustig. Was für Lücken überbrücken. Diese hier? Vielleicht, oder wahrscheinlich. Ja, aber kommt sie hier rauf? Muss ja, ne? Muss ja. Ich schätze mal, dann geht's hier rüber. Na, also. Jawohl. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, komm. So weit. Ich dachte, das hier ist schon. So schnell kann man sich täuschen, ne? Okay, hier ist alles vernagelt. Ah, ja. Hier geht's weiter. Sei vorsichtig. Nicht, dass du fällst. Was? Zombie oder Clicker? Ich glaube, ein Zombie. Was ist das? Oh, shit. Wo? Das ist ein Clicker, glaube ich. Kann er sein? Dieser Scheißkopf. Ich glaube, das ist ein Clicker, aber die reagieren nicht, ne? Irgendwie wollen die nicht. Hm. Was mach ich jetzt? Vielleicht noch einer? Oh, der zweite auch, ja? Oh ja, der brennt auch. Er hat ja eh schon gebrennt. Das war blöd. Nee, das war wirklich blöd. Das ist widerlich. Was ist widerlich? Kann ich da unten die Tür? Nee, geht nicht. So, alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Was ist? Alles okay? Nee, oder? Nee, oder? Klingt das wie Pfeifen? Komm, wir sollen hier ruhig sein und ich versuche hier zum Pfeifen. Was ist denn mit dir los hier? Was ist denn los mit dir? Meine Fresse. Warte eine Sekunde. Nichts. Meins. Meins, meins. Und nochmal meins. Oh ja. Aber das macht das Graul auch nicht fett, ne? Ah, jawoll. So, kann ich vielleicht mit der Schere etwas? Nö. Ja. Jetzt kann ich anscheinend meine normalen Waffen auch etwas modifizieren, was natürlich cool ist. Ja, Leute, wie es... Oh, ihr kokelt es hier. Oh ja, hier liegt was. Das sing bitte nicht. Alkohol brauche ich noch. Ja, Leute, wie es weitergeht in diesem atemberaubenden Spektakel, seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Also seid gespannt und hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Euer Memento Mori. Ciao, ciao.